ARD Text im Auftrag von Funk Oh Jay hat geübt 100% Ich hab kein Stück, ich hab Diablo die ganze Zeit gezeugt Der hat geübt Das ist so ne Leistungssteigerung zum letzten Mal Das ist ne Leistungssteigerung Das nennt sich Motivation Fick dich mal Das nennt sich Motivation Ich hab einfach nur Motivation jetzt Im letzten Mal Das ist mein Ego Ich hab genau dagegen gesprochen Das ist doch schon mal echt ein volles Kompliment Wenn er sagt ich hätte geübt Ah du bist halt besser als letztes Mal Ja du bist halt besser als letztes Mal Besser als letztes Mal ist eigentlich nicht schwer Ja jetzt hast du verloren Oh Abkürzung Ach da ist die Abkürzung Na ich starte schon in den Waschmaschinen oder was Weg da Oh Na Moment Ah Oh nein Oh fuck Ihr Lappen Fick dich Ardi Alter Heute läuft nicht Ich komm nicht hinterher richtig Ich brauch den Nein Ardi viel Spaß Leute ich hab ja Ich hab ja Ich hab rein Ach rein Wiese kleine Mensch Oh Du hast mega anstrengend das Spiel Fuck you Bram Oh ja Lass uns jetzt einfach hier fertig machen Doch lässt du Wo sind die Spitzen Oh leu Jetzt bist du am Arsch Ach komm Das ist ja wohl ein Scherz Lächerlich Lächerlich Das ist echt lächerlich Lächerlich Das ist echt lächerlich Lächerlich Das ist echt lächerlich 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 Alter Alter Stop 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 Jungens Wo lang Ich hab keine Ahnung Wo ich hin muss Boah ey warte mal ne halbe Sekunde Ja Keine Ahnung Oh shit Oh shit Nein Fick dich Nein Nicht da drauf Oh man Noch da Oh Bram Bin noch da Bin noch da Bin noch da Bin noch mal noch da Das kann nicht wahr sein Bin noch da Das ist aber nicht sein Todesurteil Der lebt mir noch da Ich bin noch da Ich bin noch da Hardy Hardy Ich bin noch da Auf keinen Fall darfst du den jetzt gewinnen lassen Ich bin noch da Versuch Was heißt Versuch Gib Gas Gib Gas Gib Gas Gib Gas Gib Gas Gib Gas Spring Ja ja Fick dich Bram Nein Nein Wo kommt dieses Loch Ah ja ja Ich war das stimmt Spring Du ein Arschloch Spring Spring Fresse Festhalten Oh 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 fuck Nein Nein Und ich kuller in den Abgrund oder was Ach ficken Boah ey Wieso Jetzt bin ich raus geflogen So Ach die Stelle ist einfach scheiße darf es nicht untenrum das käse okay sie ein witz kommt schon jungs heilige scheiße ich hatte geschafft du bist so ein wichser ich hab keine ahnung wer das war manchmal ist das so ein bisschen random ob der direkt video oder der raste gehucht wird das ist ein bisschen scheiße holy shit das machst du nicht wie viel boost hardy noch hat alter du bist so ein mieses stück scheiße ich weiß du nicht du hast einfach nur geübt oh nein boah hardy du hast so viel vorsprung war ja das war echt käse jetzt ha 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 wir hättest mal auf die gestacheln machen müssen hardy ja das stimmt aber da rechnet der ja dann noch mehr mit ho hopp 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 nein nein oh nö nö nein pisse dich bram ich mach doch gar nichts weg da borr DIP ja sicher scheiße ha ha arschloch archaeological Da kommt ja gar nicht drauf klar. Ergötzt du dich an dem Noob-Dasein oder was, dass ich jetzt hier so scheiße bin? Das ist einfach ne richtig geile Map, aber du wirst davon total überfordert sein. Aber die mir bist doch so voll geil, weil die so ultimativ schnell ist. Da haben wir Christiane direkt beide abbekommen. Hehehe, das ist jetzt ganz scheiße, Gentlemen, hast du unser Beiner-Schicksal besiegelt. Er war aber trotzdem witzig. Oh, jetzt ist der ganze Speed hier an der Stelle raus. Ah fuck, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ah! Christian ist gerade schnell. Ja. Genau. Scheiße. 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 Nein! 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 Ahhhh! Ja, reicht noch, die reicht noch. Ja, ne? Oh. Loi, was? Ich wurde lange geleckt, ey. Was? Im Ernst? Christian ist raus, obwohl er vorne war? Oh, Brammen! Jetzt geht's los! Jetzt! Alter, wie das abging, ey! Oh shit! Ja, wenn du alle kriegst, in einem Mal. Wenn du alle kriegst, Junge, dann geht's voll ab. Da machst du gar nicht. Nein! 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 D Punkt Hartwig! Das war zu früh! Das war zu früh! Das war zu früh! Das war zu früh! Nein! Ich bin noch da! Komm, Adi! Gib Gas, Adi! Du machst das eh nicht! Hopp, Adi! Gib Gas! Gib ihm, Adi! Gib ihm, Adi! Jawohl! Adi! Adi! Benutzt das Bellaken! Scheiße! Adi! Was machst du denn?! Oh, er hat verkackt! Nein, Adi! Boah, wie er mir die Kisten da hingeschmissen hat, die miese Bitch, ey! Ach, du Scheiße! Ach, drehen sie alle um! Ficker! Nein! Das war jetzt Assi! Oh! Oh! Gib Gas! Gib Gas! Die krieg ich kaputt! Die krieg ich kaputt! Die krieg ich kaputt! Was ist das? Keine Ahnung! Alter, keine Ahnung! Ja! Weg da, Christian! Nein! Nein! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Komm, komm, komm! Wo lang? Ich weiß nicht, wo ich lang muss! Nein! Oh Mann! Oh Peter! Oh Brammen! Oh Brammen! Nein! Alter, das ist voll schwer! Und ich bin jetzt schon besser! Und ich bin jetzt schon besser! 27 Minuten nehmen wir auf und ich bin jetzt schon heiser! Was ist das für eine Scheiße! Alter! Oh shit! Oh shit! Mobi! Nee! Alles cool! Alles cool! Ja ja, benutzt deinen Speedrohr! Ich kennst du dir aber schön in die Anus stecken! Oh Mann! Ich weiß! Ich auch! Jetzt kommt gleich die Verzweiflungsrakete! Und! Jawoll! Ciao! Nein! Ach komm! Fuck you all! Komm! Fuck you all! Jetzt können wir mal hier Shopping Mall nehm ich mal! Jetzt nehm ich mal Shopping Mall nehm ich mal! Boah geil! Oh das Level ist geil! Hier ist nur Luck wer gewinnt! Alter! Wo bin ich? Ich weiß nicht mehr wo ich bin! Oh ich bin vorne! Ich war vorne! Lol! Heilige Scheiße! Hahahaha! 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 Was ist das für ein Scheiß-Level? Du komm schon! Hahahaha! 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 Ich bin der erste Level voll ein! Hahahaha! Au.. Ja komm du! Ja genau! Was ist das? Das ist doch automatisch! Scheiße! Wo bin ich eigentlich? Lebe ich noch? Ich bin schon down! Ne ich bin auch down! Was? 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 Gib Gas! Puh, Scheiße! Ja! Ja, ich krieg meine erste Runde gelaufen! Wo bin ich denn? Ey, ich hab gar... Ich drück habe die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit Küsten bekommen... Nein! Nein! No! No! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Christian! Nein! 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 Ja! 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 Ich hab'n Punkt! 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 Und tschüssiger Lutscher! Lol! Der lebt ja immer noch! Ja! Oh nein! Das war dumm! Was sagtest du? Das ist die geskillteste von allen Maps! Deswegen hab' ich einen Punkt bekommen! Alter, da liegt's da schon wieder so'n Ding! Nein! Das kann sein! Jeif! Kipp ihn! Jawoll! Kipp dem Stück! Kipp' mal wie geilen Scenery, Junge! Kipp' Gas! Alter, bin ich nach hinten gefegt worden! Alter! Was ist denn hier los, Kapo? Alter! Wollt ihr alles ankommen? Wollt ihr alles ankommen? Wollt ihr alles ankommen? Ja, nein! Nein! Pipp da! Komm schon! Kipp! Alter, wie geht ihr überhaupt? Weg hier, Peter! Verdammt noch mal! Nein! Wollt ihr nicht mehr? Boah, ich krieg' ja auch! Ich krieg' ja auch! Ey, ich kick' Gelenkschaden bei dem Spiel! Alter! Will ich's? Ja, danke! Ja, warte! Hä? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin! Alter! Ja, genau! Ja, ist klar! Und so, ne? Ja, ficken! Was ne Wichse! Ficken! Ja, wo kommen die Bälle alle her? Warte! Gib Gas! Was ist das denn jetzt hier für ne Schei... Aua! Aua! Boah, Christian! Nee! Wo bin ich denn? Oh, ich bin ganz vorne! Ja! Weißt du?! Alter, jetzt bist du einmal da in diesem Scheiß... Schmelzkäse da! Oh, blieben! Nee, nee! Okay, hat er gewonnen! Das ist doch Scheiße! Eine geht noch! Hat'n Abspacklevel, ey! Ja, das stimmt! Alter! Oh, jetzt bin wir mal endlich! Mal noch zum Runterkuchen! Hammer anstrengend, ey! Ich stell' gleich mal die Optionen an! Echt? Ja! Boah, meinst du, das ist der mega verwirrt, der Junge? Ja! Was wird das jetzt?! Der wirst du gleich sehen! Oh Scheiße! Oh! Loll! Nice! Gut gemacht! Nein! Alter, der Hähnchenmann macht, macht... Das geht ja nicht! Oh fuck! Boah, kannst die echt ruhen mit! Ja, aber vorher, die kann ich nicht mit ruhen nach der Aktion, weil die war richtig nurig von mir! Oh ja! Ich soll mal ganz ehrlich sagen! Oh fuck! Ach, komm, fuck you all, ey! So, hier! Neu! Warum fliege ich denn so krass nach vorne? Voll geil! Pfff! Oh fuck! Wuhu! Oh Scheiße! Ich hab mich dagegen bekommen, das ist jetzt aber nicht so geil! Nein! Wieso bin ich denn da oben gefallen? Was ist das denn? Ähhhh! Ach, das war's! Ach, das war's! Scheiße! Das Spiel ist buggy, ey! Das stimmt! Ach, Bobram, du bist so ein Käselecker! Du bist so ne kleine mieser Hure! Oh! Du mieses Stück Kot, ey! Kommt! Mal ein bisschen hier Tempo! Ja! Stromgewinnig umsonst! Ja! Ich hab' lange gewinnen müssen! Oh mein Gott! Ja komm, keine Schnitte! Nö! Noch lange nicht! Oh, der Adi kommt richtig zurück gerade! Jetzt ist der Bram auch richtig konzentriert, jetzt redet er nicht mehr! Ja! Wir können eigentlich mal... Ja, ich kann auch jeweils ganz darüber rumreden, klar! Aber natürlich braucht man ein bisschen Konzentration! Bitte! Oh, das war's, Bram! Wenn Hadi nicht scheiße wäre, dann wäre das gewesen! Ja, das stimmt! Wenn ich mich gegen mich selber spiele, hab ich auch verloren! Oh, oh! So, tschau, Hadi! Nein! Dann bin ich da nicht unten reingegangen, Mami! Loll, das kann nicht wahr sein! Oh, fuck! Oh, oh, oh! Komm schon, Hadi! Jetzt machen wir das! Ja! Hey! Hey! Haha! Nee, überhaupt nicht cool! Doch, ziemlich cool! Ach komm, was war das jetzt? Loll! Ach komm! Ach, leck mich! Boah, da hat Christian mal einfach eiskalt da oben so'n Teil reingedrückt! Das ist doch halt das Spieß, Buggy! Los da rein! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich wollte gerade sagen, wenigstens gewinnt der Bram nicht, wollte ich erst sagen, aber habe ich gesehen, als diese hässliche Katze am Start ist. Oh, nice! Oh, Chris! Jawohl! Schneller tragen mich meine kleinen Flügelchen nicht. Weißt du, ich kann nicht fliegen. Oh, ja. Oh, fuck! Ja, sicher. Komm! Gib Gas! Nein! Nein! Was ist das denn? Ich sehe dich nicht mehr! Jawohl! Nice, Chris! Das war irgendwie gut. Oh, Gott! Boah, wie keiner unten lang geht. Oh, da ist der Bram raus. Ich bin trotzdem rausgekillt damit. Ah, fuck you. Komm, Hadi, jetzt erwarte ich es aber dann von dir, ja? Ja. Ja, ja. Gebt mir Mühe. Boah, nice. Voll der Boost. Kein Plan, Mann. Ich wusste auch nicht, dass das als Boost gewertet wird. Oh, scheiße. Ja, wie hat er das gedodged hat er mit seiner Bindernkiste? Ja, mit der Kiste. Mit der Kiste. Mit der Kiste. Wo er da vor der Knappe rennt gerade noch. Ich finde, der Witter sieht immer ein bisschen aus wie Donald, nur richtig fett. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Das war's. Das ist nicht so geil. Das war's. Oh, ficken. Ficken. Nicht gut. Nein! Richtig schön. Ich hab die ganze Zeit auf das Hühnchen geguckt, scheiße. Ich dachte, ich wär das geile Hühnchen. Boah, dieses Sprung da, den kann ich nicht. Nein! Oh, das war sie. Weg da, Bram. So, J ist erst da. Oh, lol. Oh, voll, also hat ich. Wie schnell J das realisiert habe. Moment. Nein! 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 Scheiße, Alter! Nein! Boah, Junge! Ja, sicher! Durch die Wand! Du mieses Stück Kot, ey! Boah, ich hab Problem! Nein, ich hab Problem! Gib Gas, Mama! Gib Gas! Oh, shit! Los! In die Fresse! Alter, war richtig in die Fresse! Oh, fuck! Oh, fuck! Du hast doch eine Weitung gekriegt! Ja, ich hab's da direkt benutzt! Was ist denn da? Was ist denn da? Hä? Was ist denn da noch? Nein! Ich hab das nicht mehr! Nö! Ich hab das nicht mehr! Ja, das steht nur so da, Jay! Ich hab das nicht mehr! Das ist Fuggy! Es steht doch trotzdem da! Wo steht denn da, dass ich da noch was hab? Neben meinem Namen! Da steht überhaupt nichts, dass ich da noch was hab! Hahaha! Verdammte! Laber doch keinen Bullshit, ey! Ich hab gar nichts mehr! Oh, nö, Christian! Du bist nur ne miese Hure! Aber jetzt wollte ich noch mal das Ende machen! Das war Angstschiss, Hardy! Das ist bei einem Hühnchen immer so! Hühnchen sind Fluchttiere! Angstschiss! Oh, wie schnell der dann auf einmal ist! Scheiße! Ja, wunderbar, dat! Jawohl! Ach, ficken, ey! Wat'n Lacker! Echt, man ist echt voll der Lacker! Komm jetzt hier, ey! Shopping mal! Oh, nä! Wie kann man überhaupt voten? Rechts, äh, egal was du willst, wird gevotet! Hey, ich such mir einfach immer irgendein Bild aus, was mir gefällt und dann drück ich X! Ja, übrigens, aber statt den Bildern kannst du auch, äh... Boah, das ist doch Bullshit! Nein! What?! Wo lang muss ich denn?! Moment! Was war das? So war das richtig! Genauso! Boah, Alter, ey! Christian, Christian! Nein, Elza! Nein! Oh, shit! Oh, oh, oh! Oh, shit! Ach, Bullshit! Oh, 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 oh! Nein! Was ist das denn für ne Map? Ja, ne neue, ey! Ja, wie sind da schon alle hochspringen? Ach, guck mal, ich hab's schon vergessen, ey! Wie Ficker! So behindert! Kann man von den Turbinen getroffen werden? Ne, nur von den Lasern, die das... Ja, genau, von den Lasern, Entschuldigung! Nur von den Lasern, Entschuldigung! Nein, ich bin da nicht reingefallen! Oh! Was ist denn das?! Ach, komm! Kein Bock mehr! Was soll denn der Scheiß jetzt da?! Wie kann man da sich so hochziehen?! Ich mach immer noch einen Doppelsprung! Äh... Mit X? Genau, mit X kannst du den Laser ziehen! Mit dem, mit dem, äh... Mit dem Hook? Da kann ich mich doch nie an das Geriffelte ranziehen! Noll! Ne, aber... Davor ist ne Plattform... Da hab ich zweitgesprungen! Scheißkisten! Davor ist ne Plattform, wo du dich dran ziehen kannst! Oh Gott! Soll... Da hat Bram den Laser mal eben kurz gepressen für uns... Ja! Wow! Wow! Ja! Genau! Und Christian den Sieg geschenkt, weil die Kugel noch kam! Ja! Ja! Was ist denn das jetzt für ne Scheiße?! Soll, dann macht der Bram den schon da unten?! Ja, komm! Hab's vergessen! Behindert! Nein! Ja, da! Ich komm da nie hoch! Du kannst ein bisschen sliden, wenn du an die Wand springst, ne? Also beim ersten Sprung musst du ein bisschen sliden! Keine Ahnung! Genau, also... Du musst nicht direkt wieder abspringen! Oh fuck! Da hab ich den daneben gesetzt! Nein! Wo hab ich den dagegen gesetzt? Hey, du musst das jetzt machen, ne? Ja, ja! Alles cool! Ja, ja! Alles cool! Schieß! Schieß! Ah, ich hab nicht gesehen, wo ich ihn gekriegt hab! Oh! Oh! Scheiße! Er hat getroffen! Er hat getroffen! Nice! Oh, jetzt wird's spannend! Jetzt hole ich noch drei Runden in Folge! Easy! Pass auf! Ich zeig euch das jetzt, wie das geht! Muss nicht vom Laser treffen lassen! Der Rest ist egal! Eben! Du hast jetzt selber in die Frise! Nein! 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 Ich hab's verpasst! Was ist denn das jetzt? Oh shit! Wo kommt denn die Rakete her?! Oh, Bram, hast du einen Lack in! Nein! Nein! Wann hab ich denn für einen Lack? Ich bin aber da! Nein! Ich war da! Du bist so ne miese, kleine Witsche! Nein! Steh auf! Steh auf! Steh auf! Steh auf! Da! Bin noch da! Bin noch da! Bin noch da! Und bin weg! Gib Gas, Chris! Ja, schneller kann ich nicht! Siehst du auch schon meine Flügelchen? Flattern bisschen wie... Oh, jetzt bin ich raus! Laser! Laser! Und! Hopp! Ab da oben! Get that bitch! Oh, wo kommen die Gisten her? Wie, das war knapp! Oh, oh! Leute, jetzt hab ich denn da drüber gesprungen! Nice! Nein, ihr Scheiße! Nein! Jawohl, Chris! Nice! Sehr gut! Vielen Dank für's Zuschauen! Haut rein!